Ja, ich schipper jetzt hier gerade durchs... ja, wo auch immer. Wissen Sie, wo wir gerade sind? In Österreich auf jeden Fall. Hier schön durch Täler und Landschaften, wunderschön. Kommen mir vor wie im WDR die schönsten Bahnstrecken. Mh, Wetter ist herrlich, habe ich aber nicht viel von, aber ist traumhaft, ist wirklich traumhaft. Ich bin hier gerade bei meinem Fünf-Stück. Magerquark heißt hier Magertropfen. Yummy.